Ach, ich bin süß. Also, wenn ihr eure Schnauze nicht halten könnt, dann... Moin, Mädels! Moin, Jungs! Ich kann euch einfach rausmuten, ist gar kein Thema. Es wird kommt zu einer neuen Runde mit der Söze, Digger. Ich spiele heute Killer. Das sind die Perks, die ich mir rausgesucht habe. Aber vorab natürlich noch eine kleine Community-Aktivierung mit euch, nicht wahr? Und zwar haben wir euch gebeten, unter dem Hashtag Söze einige tolle Sachen zu posten. Es sind viele tolle Sachen gepostet worden. Und folgendes. Und das gucken wir uns jetzt mal eben an. Ich bin entsetzt. Wir haben, glaube ich, Anfang der Woche bei Alpenmilch was sehr tolles gefunden. Und jetzt sitze ich hier mit 5000 ekligen Dreckskatzen in einem Raum. Weiß ich nicht, was ich davon halten muss. Aber es ist ganz gut gefotoshopt. Es ist wirklich gut gemacht, tatsächlich. Also, Props auf jeden Fall. Alpenmilch zweimal! Vielleicht können wir uns so einen Community-Award verleihen. Also, Alpenmilch kriegt den Award der Woche. Oder ja, wir machen das Monat irgendwann. Und da gibt es noch einen tollen Kommentar, den ich rausgesucht habe. Und zwar folgenden von Twitch-Content heißt der Kanal. Herz-Emoji und Feuer-Emoji. Beides im Namen noch mit drin. Finde ich sehr nice. Und ich habe ja so ein bisschen angeteasert. Ihr könnt uns auch gerne mal so eine Aufgabe stellen. Finde ich mega nice. Er hat gesagt, spielt mal alle eine Woche in Kostüm. Und wir haben es jetzt vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Wir werden uns jetzt jede Woche, für die kommende Woche, jede Folge. Für die kommende Folge, meine Fresse, für die kommende Woche, jede Folge ein Kostüm raussuchen. Also, jeder in seiner Aufnahme. Und wird es dann auch in seiner oder ihrer Folge erst revealen. Ich glaube, es wird mega witzig und ihr habt auch ein bisschen Spaß daran. Aber schreibt gerne neue Aufgaben für uns, für die kommende Woche. Das ist ganz cool, weil ich bin ja immer der Letzte in der Aufnahmerunde. Das heißt, der Freitag ist ja immer auf meinem Kanal. Das heißt, wir können für die kommende Woche dann schon entscheiden, was wir dann machen. Das ist mega cool. Also, schreibt gerne was rein, ne? So, das sind meine Perks. Gebt mir auch da gerne nochmal Tipps. Ich werde jetzt ab und zu mal Killer spielen. Und jetzt habe ich sehr viel gelabert. Wir gehen jetzt einfach mal auf Ready und mal schauen, was es wird. Und jetzt hohe mal Luft, Kalle. Hohe mal Luft. Ja, ist ja zu viel. Du kleine Luftikuss. Ja, ist ja zu viel auf einmal. Hattet ihr, ich habe eine Frage. Na klar, der, äh, gerne. Was hattet ihr das denn mit den Katzen? Stetze, würdest du bitte Ready machen? Einmal in deinem beschissenen, verkackten Leben, Alter. Soll ich gehen? Soll ich gehen? Ich habe bald richtig keinen Bock mehr, wenn ich hier immer... Nee, würde ich jede Folge. Mein Gott. Ja, ich reiß mir jetzt die Augen aus. Kalle, was ich fragen wollte. Na klar. Äh, was hat das denn mit dem Katzenbild auf sich? War das wegen, wegen irgendeinem Zitat in irgendeiner Folge? Oder einfach, hast du irgendwo gedroppt, dass du Katzen hast? Oder, äh? Oh mein Gott, das macht was. Also, ich habe auf meinem YouTube-Kanal mittlerweile knapp 30 Busfahrer-Videos. Mhm. Und, ähm... Erzähl doch mal. Ähm, ja, so 20 von denen, äh, kommen immer irgendwelche Dullis im Game, äh, und zeigen mir scheiß Katzenfoto und die Katze heißt immer Maunzi. Mhm. Und... Jetzt versteh's. Mhm. Und das nervt. Und das ist etwas, was dich belastet. Und zusätzlich... Bewegt dich das? Es bewegt mich insofern, dass mir, glaube ich, seit ungefähr drei Monaten kriege ich täglich 200 bis 300, äh, Maunzi-Bilder, also Katzenbilder auf Instagram geschickt. Ähm, würdest du sagen, das ist einer der Gründe, die dich dazu gebracht haben, zu morden? Heute ja. Alter, direkt die Musik. Alter, das ist irgendwie gut gepasst. Ja, ja. Also deswegen wird jetzt geschlachtet, Digga. Aus hell der Länge, die Musik, ne? Das ist Halo 3. Digga, das war so nice a joke. Ich habe fast gekackt vor Glück. Alter, er spielt die Single-Russen. Alter, sind wir... So! Scheiße! Okay. Was ist er? Oh, ich habe die noch getroffen, Digga. Ehre im Arsch. Direkt Halo erwischt. So. Ich habe Röff. An meinem Arsch ist Kalle. Er singt Lieder. Hey, Macarena. Ah, hei! Ich habe ihn natürlich verloren, Digga. Gar kein Stil. Digga, super. Aber oben bist du, ne? Hast du gesehen. Du musst immer auf die Kratzspur nachten, Kalle. Ja, ja, aber er hat aufgehört zu spinnen, Digga. Vielleicht blutet er aber auch. Du kriegst so ein scheiß Dürr. Ach, ja, Blut. Du musst immer auf die Kratzspur nachten. Jetzt hört auf, ich kipps, okay? Naja, ist okay. Er ist immer noch Röff. Er ist immer noch Röff, ne? Röff, Röff, Röff. Ich hol mir hier erstmal nen Hackeball raus. Doch nicht mehr. Er ist nicht mehr Röff. Er ist ein Kacken-Hoop, Digga. Aber hier wird doch ungefummelt. So, genug. Oh, schade. Das war klose. Erstmal hau ich jetzt hier gegen. Wieso kann ich hier nicht gegenhauen? Brauche ich dafür nen Perk? Ich zerstürme seinen Tote. Du hast wahrscheinlich nen Perk, was das automatisch macht. Ja, du hast Röen dabei, deswegen. Ah, ja. Ja. Also ihr seht immer deine Perks hinter mir. Gebt mir da bitte gerne Tipps, wie man besser Killer wird. Ich werde jetzt in nächster Zeit ein bisschen Eigenwerbung jetzt hier für meinen Twitch-Kanal was machen wir hier auch ab und zu mal streamen. Ey, wehe, du streamst. Er kommt jetzt rein. Scheiße. Wehe, du streamst. Er macht, er guckt in meinen Schrank vielleicht? Nein, nein, du bist nicht im Schrank. Du bist safe nicht im Schrank, Max. Das hab ich super an deiner Stimme erkannt. Du Hund. Du Hund. Kalle ist so ein Was. Was? Ey, yo, muss ich so ein bisschen. Digga, er weiß einfach nicht, wo ich bin. Ich bin immer nur in der Stube. Okay, ich krieg das. So. Ey, irgendwann haben wir nur einen gemacht bis jetzt, Kalle. Guck mal. Ja, ja, ja. Digga, Digga. Du hast ihn voll gemacht. Nein, ich hab Sachen. Ich hab's echt zu finden. Ja, ja, ja. Du denkst, ich bin dumm, ne? Gnuch. Nein, Kali Bär. So, dafür kriegst du jetzt hier erstmal ein schönes Beil in den Rücken. Shit. So. Aua, meine Rübe. Das mit dem Beil werfen, das muss man ein bisschen üben. Das ist nicht so einfach. Alles gut, alles gut. Mach weiter, mach weiter. Ich hab ne Idee. Ich hab euch gesehen. Okay, dann sollten wir weg. Er hat uns grad einen Tipp gegeben. Ey, was macht der da? Oh, Kali. Tschüss, Kali. So, den haben wir. Komm her. Kali sagt so, das ist was Persönliches. Äh, don't do it. Also wir throwen grad das ganze Ding. Ja, ja, klar. Und wir Kalle unterschätzen. Na gut. So. Wir schätzen Kali einfach generell nicht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, Mann. Wenn du's direkt richtig gut machst, dann... Aber ich ruhig, alles gut. Ja, aber ich bin schon da dran. Ihr könnt Knu vielleicht hochholen. Oh, der ist richtig weit weg, Kalle, Digga. So. Den haben wir. Nein. So, wen von euch soll ich mitnehmen? So, du kommst da her. Das war grad mega weird für mich. Aber Hanno hat sich... Schnell, schnell, er hat ihn auf der Schulter. Schnell, Leute. Naja, das Ding ist ja... Hanno hat sich hier befreit, deswegen kann ich jetzt hier den... Oh, nee, hat er nicht. Lol, es hat doch dieses Geräusch gegeben. Kannst du mich, kannst du mich? Naja. Gar kein Problem. Wir haben alles unter Kontrolle. Apo, Apo, Apo. So, hier vorne seid ihr, ne? Scheiße, ey. Ich dachte, dieses Geräusch heißt, dass du dich da weiter freigewiggelt hast. Ich hätte mal drauf achten müssen. Aber Hanno ist ja da vorne. Naja. Scheiß Tunnler, Scheiß Tunnler, ey. Wirklich, gar keinen Bock mit Kalle. Das Gute ist, wenn ich in den Falschen reingucke... Gar keinen Bock mit Kalle. Kriegst du Muni? Krieg Muni, Digga. Ist er bei euch am Ass? Er ist wieder in der Stube. Er ist bei mir. Malz Röf? Jetzt ist er weg. Er ist gar nicht in der Stube. So. Er hat uns jetzt getötet. So. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Warte mal, hattest du schon eine Axt abbekommen? Nein, nein, sie waren ganz... Ich war noch nicht ganz... Hey, ich habe mich noch voll geheilt. Nee, aber nicht ganz, glaube ich. Das ist gerade gekommen. So. Wo seid ihr denn? Also ich gehe jetzt noch auf den... Lass sie doch mal liegen, bitte. Lass sie doch mal... Das geht wieder los. Wir müssen uns trennen. Ja. Sag das nicht! Doch, doch, doch. Ich gehe nie noch los. Gnu, lauf! Richtig, komm auf den Digga! Dann machen wir erstmal kaputt hier, Digga! Okay, wer holt Falko? Ich hol Falko! Wir laufen jetzt noch da, oder? Du machst halt erst die Dings kaputt! Ah! Hol' mich doch! Hol' mich doch! Okay, Gnu ist übermütig! Okay! Okay! Ich hab' die Gitarre, bis ich konnte die Kadette! Immer in die Häuser locken, da ist richtig gut! Hier geblieben! Egal, wir haben Zeit geschunden! So! Alles gut, alles gut! Christo und ich sind wieder vollgeheilt! Scherzi, wie läuft's bei dir? Na, schaffst du noch? Ich bin noch ein bisschen am rumsneaken! Na 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 na! Und ran an den Haken! Scheiße, es war so knapp! So, mir wird gar nicht angezeigt, wie auf dir schon hängt! Okay, krass! Das hab' ich nie gewusst! Spielts ja auch nie Killer! Du kannst direkt schnell heilen, Max, ne? Habt ihr Gnu schon wieder runtergeholt? Ja, ich sehe, Gnu ist leider in Kalles... Nee, doch nicht, alles gut! Weil hier habt ihr verkackt, habt ihr gesagt! Was machst du da oben? Gnu, bleib mal bitte stehen! Ja, vergiss es! Ich hab' nämlich... Ich hab' nämlich... Guck mal, wie schnell es geht! Yes, dankeschön! Ähm, haben wir hier ein Generator in der Nähe? Weiß nicht, wir können ja hier suchen! Ey, ist er bei euch am Generator? Nee, da bin ich! Den ihr seht, da bin ich dran! Ah, okay! Aber das kann er in der Nähe! Ja! Hier ist einer fertig! Nee, dann ist hier keiner, wenn hier einer fertig ist! Andere Richtung! Ich kann leider nicht frei! Das ist mal einfach da rüber, ganz andere Seite! Hier unten ist manchmal einer drin! Kann das nicht abbrechen, ne? Puh, Kalle! Schade! Schade! Ja, schade! Ja, da hab' ich verkackt! Das nehm' ich aber auch! Das ist ein Nerding! Alter, ist fertig! Richtig dickfüßiger, sahniger Kot war das! Ah, guck mal! Jetzt kann ich schaden! Gerne dazu Fanart! Bitte? Fanart? Sahniger Kot? Ja, alles gut! Vielleicht hier im Haus? Ja! Guck mal! So, Freunde! Ja? Wann seh' ich denn jetzt, ob wir hier sind? Ich brauch so'n Perk dafür, dass hier... Das ist hier in der Ferne! Gut! Ja, also generell kannst du nicht durch Wände gucken! Nee, ne? Nee! Ist auch... Ich find' keine Generators! So, Papo haben wir jetzt einmal erwischt! Der der Geld markiert ist! Da könnt' ihr ja quasi hingehen! Jo, hol den in der Geld markiert ist, Digga! Na klar! Äh, Kalle, wie kam's dazu, dass du den Killer jetzt spielst? Wurde mir empfohlen quasi als leichter Killer! Tatsächlich! Ich glaub' man muss da halt gut managen, wann man wirft! Ja! Also, wann man sich dazu entscheidet zu werfen! Und halt wann man auch jetzt, äh, nen Schrank und so aufmacht! Weil das kostet dann, glaub ich, schon viel Zeit! Hä, Kalle, warum hast du nicht weitergechased? Du hättest mich gehabt! Ich hab' gedacht, du hast die... Äh, bei mir sagst du aus, als wärst du hinterm Baum! Ist eigentlich das Singen nicht voll blöd für den Killer? Oder ist das eher so, dass es verwirrend ist, weil man nicht genau weiß, wo er ist? Eigentlich wie so'n erweiterter Killer-Radius! Oh! Ah, da hinten seid ihr, Freunde! Oh! Er kommt! Er ist da! Okay, ich hab, äh, Dings! Ähm, also bei mir sind noch zwei, äh, zwei Jins gewesen! Ach so! Wenn ich da reinlaufe, dann werd' ich gestunnt nochmal! Bist du gestunnt, genau, ja! Er, er ist röff bei mir ganz doll! Äh, ich bin am letzten Jam! Er ist röff bei mir, Digga! Ich bin auch am letzten Jam, so ziemlich... Ja, meiner ist, äh, bei 80 Prozent! Äh, ich mach meinen trotzdem mal weiter, dann... Ach, Digga! Das lüppt! Er ist immer noch röff bei mir, leider! Ah, okay, man kann das ja übelst dodgen! Klar, Digga! Hab ich dich nicht getroffen? What? Nee, Digga! Nee! Ciao, Digga! Ich hab immer noch röff! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Warum hab ich immer diesen stressigen Chases? Äh! Röff! Scheiße, Sackgasse, Digga! Oh! Was?! Röff, Digga! Ciao! Röff, Digga! Alter! Ich hab immer noch röff! Können wir jetzt bitte gehen? Ja, können wir, können wir, können wir! Ich mach 1,99 auf, ja? Mach auf, mach auf, mach auf! Oh, okay, wir machen auf! Ah, ne! Gut! Dann mach sie gut! Rui! Papo, wie sieht's denn bei dir? Schaffst du's? Ja, ja, ich bin draußen. Also nicht wirklich, ich stehe noch hinter Kalle, aber... Propozier's net! Propozier's net! Wenn ich nur Max kriege, ne? Ja, willst du raus? Du, ich halt zwei Schläge aus, ich spiel mit dir! Bist du sicher? Ja! Hat er Nöd dabei? Ich hab's kaputt gemacht! Scheiße, Digga! Willst du mich hier nochmal hau... Oh, schade! Ja! Ähm! Das, äh, war ja nicht so gut! Aber schreibt mir da unbedingt gerne, äh, Tipps in die, in die Kommentare. Ich hab jetzt wirklich einfach so gespielt, wie ich spielen würde. Ihr habt's jetzt gesehen. Äh, schreibt mir da gerne was zu rein. Aber wir machen noch ne kleine Runde, und ich würd sagen, ich hätte furchtbar gerne mal Gnu als Killerin. Nein! Doch, weil wir haben das nie, und ich bin jetzt, also, ich bin ja auch richtig scheiße als Killer, und vielleicht machst du's einfach besser, und dann ist alles cool. Oh, süß, wie ich da steh! Rein in groben Schaf! Also, Gnu ist jetzt Killerin, und wir versuchen hier zu escape. Ja! Like a real survivor! Übrigens, ähm, nochmal der kleine Hinweis, wir können natürlich jederzeit gerne Clips machen. Zum Beispiel werden wir ausrasten, wie jetzt! Oh, mich kann man doch nur liebhaben! Wie? Wie jetzt? Ich dachte, ihr rastet jetzt einfach komplett aus, aber es kann man... Oh, gar nicht sogar! Hey, meine süßie Maus! Hey, meine süßie Maus! Du kannst nichts machen! Ich weiß, ich will dich nur anschauen! Du hast so entschieden... Soll ich beichten? Ja, beichten! Ich hab heut noch nicht Klo gemacht. Echt? Doch! Nicht geschissen? Wie oft gehst du denn eigentlich durchschnittlich aufs Klo? Boah, ich oft! Ich hab schnellen, äh... Also, du verlierst wertvolle Zeit, aber... Ja, ist okay! Ich hab schnellen, äh, Dings hier! Verlierst du den Stoffwechsel! Also, ich kack dreimal am Tag! Echt? Ja! Ich aber mittlerweile auch! Also... So, danke für die Info, Held, aber das wollte ich schon eh mehr wissen! Ich bin auch ziemlich oft auf dem Port mittlerweile! Spül die Wasser, wo du verbrauchst! Schreibt doch mal in die Kommentare, wie oft ihr so kackt! Erzählt mir doch mal eure Kack-Stories, Leute! Ich glaub, früher als ich ganz jüng war... Ja! Früher als ich ganz jüng war, hab ich nur einmal alle zwei Tage geschissen oder so! Jo, da hab ich auch noch seltener gekackt! Ich kann diese dummen Kratz-Spurlis nicht deuten! Ja... Ah! Oh! Der Papu, übernimm das! Aktiv! Nessilein! Ne, Knullerpfeiler! Aktiv! So! Der Zili! Das war denn das Süßes! Komm, mach zu! Hab dich! Ich mach's kaputt! Ich hab Zeit! Ich stresse mich heute nicht! Oh, ich hab einen verbluteten Fussi! Ich stresse mich heute nicht! Ich stresse mich heute nicht! Der Tag heute war schon stressig genug! Und das will ich jetzt mal gar nicht hier! Das ist gar nicht... Ich hab'n Gen fertig gemacht, Nu! Kalle, du bist einer der Realen! Hanno, warum hast du dich nicht geheilt? Wieso? Äh, ich kann mich selber nicht heilen! Wieso stresse ich? Weil du nen Generator genaked hast! Ja... I'm the real gen Slady! Mann, ich hasse... Mann, ich hasse... Jetzt komm's zurück! Ich geh hol mir jetzt! Oh, nice! Ja, also ich hab'n chilliges Leben hier hinten, was ich da... Ein Totem gefunden! Das werde ich jetzt mal zerstören! Ich glaub nicht, wer heilt! Ja, aber komm zur Tür, Digga! Alter Papo, du Affensohn, ey! Ja, meine Mutter ist auch ein Affensohn! Ey, was... Oh nein! Ich habe verkackt! Ey, Gnu macht dich unsichtbar! Papo, komm mal zurück! Ey, ich hab Röf! Ich hab Gurkenröf! Boah, das ist Englisch! Alter, der dich voll weg ist schnell! Hey, ich hab'n nicht gehört, wie du dich sichtbar gemacht hast! Jetzt geht er weg! Egal, warum hackt jetzt Gnu? Warte, ich eigentlich nicht will, dass jemand die Palette vor die Fresse haut! Okay, Hanno, also du kackst also auch so dreimal am Tag! Ja, ja! Ja, ja! Sehr interessant! Wie sieht denn der Code aus? Scheiße! Also können wir bitte jetzt nicht mal ne ganze... Folge zuscheißen? Ja, kannst du vielleicht mal mit versuchen, richtig zu heilen, hä? Na klar! Na klar! Ihr seid halt alle One-Hit-Digger aus der Kalle Kohl, Schimpie! Der alte Sohn! Darbs hat sich unsichtbar gemacht! Darbs hat sich unsichtbar gemacht! Barbecue und Dings und es läuft genau auf euch zu! Nein, nein, mach sie nicht! Glaube ich nicht! Sie hat kein Terrorradius und sie unsichtbar ist! Oh, da vorne ist sie doch! Oh, da vorne ist sie doch! Walsche Richtung Gnu! Warum enthüll ich mich eigentlich noch? Oh, da vorne ist sie! Ja, enthüll ich mal nicht, ey! Ich flieg euch mal hinterher! So, und du so? Enthüll! Ah, nein, nein, nein! Ich könnte wirklich häufig abtacken! Du, wirklich häufig! Aber ich möchte ein bisschen mehr davon erfahren! Erzähl mich mir! Okay! Äh... Ähm... Hab mal ein bisschen Respekt! Ihr müsst mich schon als Killer ein bisschen ernst nehmen! Oh nein, Gnu! Oh nein, der Killer! Oh nein, der Killer! Wie sie beide auf mich so richtig zulaufen ist überhaupt keine Angst! Oh nein, Gnu! Das ist irgendwo ein Jam! Oh, was soll denn das hier eigentlich? Ohhhh! Was soll denn das hier eigentlich gerade? Ey, Gnu, was machst du da hinten? Ja, da explodiert die ganze Zeit irgendwas! Auf mit deiner Lampe und nichts zu mehr! Ist das denn ernst? Da stöhnt doch jemand andersrum! Ich hab mich gerade richtig hingesetzt und ich dachte nicht, dass du für ein Skill-Shack kommst! Ihr Affensöhne! Ach komm, er hat doch dein Maul! Ja, ich wollte jetzt einmal richtig beleidigen, weißt du? Ja, find ich gut! Großartiger Fähigkeit, Jack! Großartig gemacht, Kalle! Kalle, jetzt flinke Finger! Ey, komm! Ich hätte gerne nochmal so'n... Also unter dem Hashtag Sülze so'n editiertes Video, wie das, was wir bei Max am Montag gezeigt haben. Wo dann einfach unsere Sätze irgendwo eingebaut werden. Jo, das ist der Hammer! Wollen wir ein paar random Sätze dafür blocken? Am besten irgendwas mit Affensohn! Ah, ich hasse ihn! Ehre Abfahrt! Nein, was ist das denn?! Ach süß, ich schnach so leise, so... Ich bin so richtig glücklich! Ich bin so richtig glücklich! Nice Max! Ich bin so richtig glücklich! Schön die Palette dahin gepalettet! Jetzt, jetzt nehmt mich doch mal ernst, Leute! Ja, na klar! Aber... Wo ist Papu, Digga? Ich möchte nicht, dass ihr mich so... Ihr nehmt mich nicht ernst! Machst du den Gelben? Ich mach den Gelben, ja! Dann komm ich dazu, Digga! Der Gelb ist immer von mir markiert! Ich pinke dran! Oh, Mh, 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 Mh... Oh, Mh, Mh... Nein, Gnocos! Oh, lecker! Hallo, Kali! Hallo! Soll ich dich nochmal anfassen? Nein! Nein, pass mich nicht! Oh, Hennu! Sieh! 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 Ey, dir ist das letzte Mal auch passiert, sei ehrlich! Na gut, hast du ja recht! Hast du ja recht! Da hinten läuft Hennu, der Verletzte! Naja, ich hab hier die ganze Zeit Gurken-Gnu hinten an mir an! Oh, sie kommt auf uns zu, sie kommt auf uns zu! Wollen wir pokern? Oh, Leute, die hat's umgedreht! Ne, wir heißen nochmal Dings-Gnu. Ähm, Gnu, wie? Was war nochmal der Name? Ich tank für dich! Nee, nein, 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 nein! Der Neue! Ah, ich hab den tanken! Äh... Äh... Wie der Neue? Luken-Gnu, genau! Ja, ja, Luken-Gnu! Luken-Gluuuu! Nanananana! Kann mich jemand heilen? Klar, wo bist denn du? Hier, links! Zu gehen, du! Gnu! Ja, aber... Oh, Gnu! Du bist so geliefert, Kalle! Ey, ich liege auf dem Boden, auf dem Bauch! Hä? Sie hebt mich nicht auf! Sie kommt auch... Lass dich jetzt einfach mal liegen, Kalle! Das war verfahren, weil du nett zu mir warst! Du warst der Einzige, der einmal nett zu mir war! Herr Bröf! Er hat vorhin auf deiner Leiche die Lupe geblieben. Nein, nein, nein. Stell dich, du bist jetzt mal still! Herr Bröf, ich hab Röf. Ich hab auch. Ich bin alle verletzt, Digga. Röf, Röf, Röf. Das ist ganz übel. Röf, Röf. Oh, Alter, ein instant weiterheilig? Komm her, mein Fingerplatz! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh nein! Rettet mich! Ich bin echt schon ganz schön stolz an. Zu Hilfe! Zu Hilfe! Wieso hilft ihr denn keiner? Wie das aussieht, wie auch so wiggelt. Nein! Oh nein! Nicht auf den Haken! Ich bin irgendwie stolz auf mich. Es fühlt sich so gut an, anders zu sein. Warum meine Runde? Äh? 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 Soll ich ein bisschen heilen, Digga? Doch, ganz schön unhilflich. Ich fand das in Ordnung. Raust du jetzt hier? Kann ich mitkommen? Ich muss noch ein bisschen leveln. Danke. Nee, bitte Blutpunkte. Ja, lass mit Gnu bitte gemeinsam raus. Ich will mitkommen. Alter Triple Heal. Ey, Gnu, du bleibst weg. Ey, Gnu, wenn du mich jetzt haust, bin ich so sauer. Ey, weg mit dir. Ich war so ein netter Killer, Leute. Ich war so ein netter Killer. Au! Okay, ich geh raus. Ey, was soll das denn jetzt? Ey, du spinnst wohl. Das hört ja so sauer aus. Du spinnst wohl. Du, du, du. Ah! Raus! Alle Strahler drauf. Oh. Als wär das so King Kong, Alter. Okay, Leute. Wo ist Godzilla? Ich hab keine Lust mehr. Das war's mit dieser Woche mit Sülze. Nächste Woche gibt's Kostüme in jeder Folge. Und schreibt gerne eine neue Aufgabe in die Comments. Ansonsten schaut gerne bei 2papo vorbei. Gab's auch gestern eine richtig lustige Folge. Und ich glaub, am Dienstag war ich Insane-Killer bei Sterzig. Äh, auch interessant. Ich glaub, am Dienstag war ich Insane. Insane, ja. Also. Killer. Macht's gut. Killer, Digga. Tschüß! Tschüß! Schmack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-Kollack-K